Seifenoper von Ifa K. Kühn Der Held und die Heldin, sie lieben sich sehr, Beinahe gibt's ne Hochzeit, dann will sie nicht mehr. Er nimmt sich ne Alte, die fühlt sich verjüngt, Wen stört's, dass ihr Schauspiel zum Himmel stinkt. Sie treiben es wild in zahlreichen Betten, Danach fliegt sie weg, den Regenwald retten, das Flugzeug stürzt ab, sie wird nicht gefunden, er denkt, sie sei tot, doch sie ist nur verschwunden. Der Held kriegt inzwischen einen Vertrag für den richtigen Film, drum trifft ihn der Schlag. Effektvoller wär ne Entführung gewesen mit anschließendem Mord, doch die Zeit war bemessen. Sie kommt nun zu Kräften, fliegt wieder nach Haus und schneit grad herein in den Totenschmaus. Sie wird depressiv und liegt nur noch da, da kehrt heim ihr Sohn aus Amerika. Der päppelt die Mama, gesteht ihr dann scheu, dass er erstens schwul, zweitens Analphabet sei. Der Sohn ist schließlich mit Aids infiziert, ein falscher Befund nur, der alle schockiert. So wiedergeboren lernt er dann schreiben und will von nun an bei Mama bleiben. Die wird wegen Ruhestands rausgeschrieben, dazu muss sie sich auf den Fidschis verlieben. Der Sohn widmet sich nun der Schriftstellerei bis zu seinem Serientod, nächstes Jahr, Mai.